Warum machst du euch eine Wintermütze an in deinem Badezimmer? Ich habe letztes Jahr schon angekündigt, dass ich Bock habe, mit meinen Zuschauern oder mit meinen Freunden coole Unternehmungen zu machen. Als Beispiel Ziegen-Yoga oder Bungee-Jumping oder weiß weiß ich was. Wenn ihr coole Ideen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und ich werde natürlich alle Kommentare lesen. Die coolsten Ideen picke ich mir raus und dann könnt ihr euch bei mir auf Insta melden oder ich werde wieder eine Umfrage machen, wie auch immer, wenn ich in eurer Stadt bin. Und dann werden wir zusammen coole Sachen erleben. Kuss geht raus, danke für den Support, viel Spaß jetzt im Video. Wie sieht es aus mit Backflip? Nicht so gut. Nicht so gut. Heute, mein Freund, wirst du ein Backflip lernen. Wir beide. Ohne Krankenhaus. Kein Krankenhaus. Schau mal, toi toi toi, ich muss irgendwo klopfen. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video aus der wunderschönen Stadt Wien. Alain Meimbré ist heute wieder am Start. Dies, Freunde, freut mich wieder hier zu sein. Wir schauen heute zu Flip Lab, Leute. Ich habe euch gesagt, ich möchte dieses Jahr immer mal wieder Sachen unternehmen und coole Sachen machen und mit der ersten Sache, die wir starten. Randy wird heute ein Backflip auf dem Trampolin lernen, vielleicht von etwas runter. Du auch, mein Freund? Lernen. Wir werden ein bisschen Spaß haben. Hi. Wir würden gerne eine Stunde springen. Wir brauchen aber, glaube ich, auch so Socken. Habt ihr 47? Echt jetzt? Was? Stramm. Was für Farben gibt es? Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Mit Socken und zwei Personen 54 Euro. Hi, grüß. Servus. Hi, hi. Alles gut? Alles gut. Alles super. Kommst du zum Drehen oder? Wir sind heute hier, wir möchten Backflip lernen. Uh. Sollte klappen, oder? Sie schafft es locker. Ohne Krankenhaus. Echt? Ohne Krankenhaus, ohne Verletzung. Ohne Krankenhaus, wie macht es das? Verstehst du? Okay. Die Tränke haben. Boom. Ich weiß nicht, was ich von diesem Style halten soll. Irgendwer hat mal in die Kommentare geschrieben, ich würde auch gerne eine Unterhose auf den Kopf tragen. Das ist meine Unterhose. Wenn wir jetzt mit dieser Kamera da reingehen, die denken, wir haben es voll drauf und so. Bist du unser Instructor for today? Yes, sir. Geil, geil, geil. Ich komme mir vor wie bei DSDS gerade. Recall. Du bist im Recall. Was geht? Gleich mit zur Pause? Alles klar. Wir gehen tief runter und springen weiter nach oben und probaten da rein auf den Westen. Ah, auf den Warten. Das werde ich auf keinen Fall. Und dann wiege ich so schnell wie möglich. 20 Sekunden. Hallo, 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 Heinz, Kollege. Was ist hier los? Schön, die Hunde lasse das Becken, jawohl. Und atmen, super. Hey, danke, gell? Ciao. Küsst du auch. Ich bin der B***. Ich kann nicht mehr, Alter. Ja, Leute. Das ist das Warm-Up. Super cooler Instructor. Ich weiß den Namen nicht, aber sehr cooler Dude. Ich würde jetzt sagen, wir fangen an. Erstmal Trampolin kennenlernen. Boah, geil, Alter. Aber mach Spaß, du dich, ja? Komm, einmal Arschbombe und wieder stehen. Wir fangen leicht an. Und stehen. Kann jemand rückwärts halten von euch? Ja. Zeig. Alter, ich bin ein richtiger Amateur. Aufpassen, nicht verletzen, ist wichtig. Aber zeig mal, was du jetzt kannst, komm. Bro, ich hab mich wegen dieser Arschung gefreut, aber. Nein, Spaß. Okay, das war wie du. Jo, bravo. Sieh die Knie an, glaube ich. Ja, 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 ja. Und spring höher jetzt. Heute ist unser Tag. Ah, ja. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Das war fast krankenhaus, Bruder. Ich merke, ich werde alt. 22 Jahre und ich werde alt. Reinfallstiel aus dem Anfang. Das fühlt sich einfach komisch aus. Schau. Oh, meine Schrute. Zick, zack, zack, zack. Boom, das geht schon mal vom Feeling. Ja, ja, ja. Boom. So einfach. Ich könnte mich auf den Rücken fallen lassen und dann weiter rüberdrehen. Oder soll ich einfach probieren? Nein, noch nicht. Einmal einfach probieren. Okay. Ich habe nur die Beine nicht angezogen, oder? Er hat trotzdem heftig ausgeschaut, oder? Yes. Jeder macht einen Trick, der andere muss nachmachen. Schafft der nicht? Das Spiel heißt wie Skate, nur Flip. Du fängst an. Oh, mein Gott. Was willst du? Mit direkt. Nein. Der ist jetzt für dich. Backflip jetzt. Ich bin der König. Aber ich will nur sagen, dass ich Backflip geschafft habe. Lag an deinem Warm-up. Es war das Warm-up. Wie heißt du überhaupt, Bro? Bernhard. Randy, freut mich. Mucio Gusta. Ist das der Pool? Das ist der Pool. Ist das weich, oder? Ah, ja, okay. Aber Backflip von da oben, Alter, da habe ich jetzt schon Angst. Das wäre heavy. Was wird das jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir in der Luft. Okay. Mucio Gusta. Ich will von dir jetzt auch mal ausleuten. Ich zwinge dich, gell? Du hast keinen Bock. Cristiano Ronaldo. Ah, ne, Ronaldinho. Ronaldinho. Füüüüüüüü. Aber es war ein Frontflip, Bro. Also ich sag so, wie es ist, wir sind 15 Minuten hier. Wie anstrengend ist es? Sehr. Leute, 30 Minuten reichert. Ja, ja, ja. Es gibt so eine Matte hier, die sieht man immer in so, ich weiß nicht, in so Videos wo die so Backflips machen. So Rotationen, Schrauben, blibla blub. Und ich wollte unbedingt mal auf so einer Matte stehen. und hier gibt es einfach eine. Es könnte eigentlich ein krasses Hobby sein, so etwas zu machen. Und das ist die Matte, die ich gemeint habe, Leute. Jeder kennt diese Matte, aber gefühlt, niemand ist da drauf gestanden. Es ist schon Jumpy. Ein Rad und danach ein Salto, rückwärtssalto, so Flickflack-Shit. Das wäre krank. Hä? Ich bin athletischer Motherf***er, weiß ich nicht mal. Wenn dieses Video über 2000 Likes macht. Ich habe einen Homie, der heißt Danny. Danny Jordan auf Instagram. Der wird mir dann ein Backflip aus dem Stand lernen dieses Jahr. Bei 2000 Likes, Leute. Wir werden jetzt Step by Step machen. Du lernst jetzt Rad. Ich glaube an dich, Bro. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Perfekt, Digga. Mach kurz eine kleine Pause, weil das eine größere Gruppe gekommen ist. Und ich will niemanden stören mit der Kamera. Und der Fliplab hat extra erlaubt, dass ich hier filmen darf. Somit versuche ich, niemanden zu stören. Trinken, damit ihr nicht dehydriert. Cheers. Ich weiß. Du musst dich festhalten an den Seilen. Alter, das schwingt. Aha. Du darfst nicht ins Wasser. Das hier ist das Wasser. Du darfst hier nicht drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wieso nicht darüber? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Leute, es ist böse schwer, Alter. Da werde ich niemals durchkommen. Unmöglich. Cut. Ninja Warrior 2023. Ich bewerbe dich. Boom, boom, boom. Wow. Oh, vergiss es. Boom. Stick 2. Ammonkey. Du musst die Beine da, wo dein Arsch ist gerade. Ja, Bruder. Wir machen so weiter. Das war schlau, weißt du? Immer weit vorgreifen. Dann schwingst du schon weiter. Böse Schwer. War da immer Monkey. Yes. Let's go. Yes. Yes. Es lag nur auf schweißiger Hand. Und vom Training tun meine Hände weh. Ich bin so ein Loser. Frontflip. Yes. Glaubst du, sind wir zu alt? Ich bin 22. Perfekt. Ich hab's versucht. Wir haben noch sieben Minuten. Hab keine Angst. Angst passiert nur dann im Kopf. Einfach probieren. Einfach machen. Drei Versuche. Ich mach noch einmal Trampflip. Okay, komm. Schwierig, du. Okay, ja. Wir lassen es jetzt dabei. Danke fürs Einschalten. Dein dicker Kuss geht raus. Lasst gerne ein Like da. Alans Instagram ist unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Dann darfst du dein TikTok jetzt sagen. Apex Legends mit Doppelt E. Ja. Und Doppelt ist am Ende. Gib Gas. Viel Erfolg. Okay. Alle Leute, ihr dürft ihm gerne folgen auf TikTok. Okay.